Noch einmal sehen wir Veku Hakolin, stehend 100 Meter Entfernung. Da kommt Hannu Posti, Finnland. Ein hervorragender Läufer auf der Aschenbahn, über 10.000 Meter war er einst. Berühmt und bekannt auf allen Bahnen in Europa. Ja, er macht's richtig. Absetzen, frisch Luft holen und ruhige Hand. Melanin. Und Antti Thürven in Finnland. Zweimal bei den bisherigen fünf Weltmeisterschaften war er Zweiter. Veku Hakolin nimmt Ziel, er ist Sechster im Endklassement, dank seiner überragenden Laufzeit. Buzhanovs Sowjetunion stürzt noch knapp vor dem Zielband, verliert wertvolle Sekunden, aber es bleibt doch sowieso nur der vierte Platz, genau wie seine Startnummer. Antti Thürven in Finnland. Und da kommt der Weltmeister ins Ziel, Wladimir Melanin, zum dritten Mal Weltmeister im Biathlon. Applaus Und da kommt der Weltmeister im Biathlon. Und da kommt der Weltmeister im Biathlon. Vielen Dank.